Hallo, es ist wieder 10 Freiheitsfreitag und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Olympia-Stützpunkt hier in Stuttgart. Und der Olympia-Aspirant Felix Franz, 400 Meter Hürden, trainiert hier mit Lee Saxby das Potenzial, des menschlichen Fußes voll zu entfalten mit diesen Footwages. Und da sind hervorragende Übungen dabei. Und ich bin besonders glücklich, dass Felix, wenn er seinen Fuß richtig gut weich gekriegt hat und wieder funktional bekommen hat, dieses Paar Functional Footwear trägt, damit der Fuß, wenn er endlich wieder schön entfaltet ist, nicht mehr zurück in zu enge Schuhe geht, wo er wieder völlig verkrampft. Das ist von meiner Seite heute. Euch ein tolles Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.